Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play, äh, Let's Show Magic Farm 2. Ja, ich, äh, kratze das nochmal alles zusammen, was wir so haben an Futter, ähm, damit wir endlich mal in die Minen gehen können, ohne uns zu verhungern dabei. Das wäre nämlich blöd. Oh, ich hätte so gern, oh, ich hätte so gern Brot, dann könnte ich so was leckeres hier machen. Tja, Boiled Egg? Oh, noch keine Mixing Bowl. Ach ja, genau, was ich ja eigentlich machen wollte, war, ähm, normales Holz holen. Ich glaube, habe ich nicht noch ein normales Sapling hier irgendwo im Fliegen? Nö, natürlich nicht. Mist, verdammter. Apropos verdammter Mist, äh, das sollte ich natürlich auch mitnehmen. Und hier können wir noch ein bisschen was reinschmeißen. Ah, wir brauchen dringend Redstone. Ich glaube, ähm, tja, ich kann es jetzt wahrscheinlich erstmal eh nicht ändern. Mayo und Brot, ich brauche Brot. Ach, nee, nee, nee. Achso, ja, ja, hier, ähm. Bla, blub, ist okay. Und wann. Ich brauche einen Mixing Bowl. Das wäre schon mal ein Fortschritt. Onion, es ist an die Garlic. Krass. Ah. Wow. Das ist ein heftiges Essen. Das macht, glaube ich, einmal komplett voll. Tja. Tja, tja, tja. Bis dahin dauert es noch eine halbe Ewigkeit. Das heißt, wir müssen das erstmal so essen. Können wir nicht eigentlich... Block auf Flasch. Na, lecker. Wer fährt soll... Oh, nee. Interessant. Äh, wie dem auch sei, wir sollten mal wieder Salz finden. Und das heißt, ich werde jetzt alles erstmal so essen müssen, weil... Kann ich hier nicht Altschus draus machen? Ja, das kann ich. Oh, Gott sei Dank. Halb, das ist gut drin. So. Das kommt jetzt erstmal alles hier rein. Das auch. Dann muss ich das Flümchen doch noch braten. Halb. Es ist schwierig. Schwierig, schwierig. Aber wir schaffen das schon. So. Wir müssen doch mal die Gegend hier drumherum ausleuchten. Das mache ich, glaube ich, sogar gerade mal. So, auf eigene Gefahr. Dass ich vielleicht nicht ständig irgendwas unmittelbar spawne. Und vor allem nicht auf meinem Dach. Das ist nämlich nicht nett. Du schon wieder? Jetzt lass es doch sein. Blödes Vieh. Uh. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Oh, Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe... Oh, geil. Ein Fisch. Ich habe einen Fisch gekriegt. Sehr nett. Danke. Nun ja. Okay. Besser als nichts. Seien wir einfach glücklich. So. Ich würde jetzt nämlich gerne hier neben am besten endlich mal ein Stückchen abzwacken, um daraus unsere richtige Farm zu machen. Das heißt, hier jetzt gerne ein bisschen Holz und dann machen wir, bevor wir runtergehen, erstmal Zäune. Erstmal Zäune. Wären die... Nein, wären sie nicht. Das war mir fast klar. Sticky Six da. So. So. Äh. Nein. 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 Na toll. Oh. Ich kriege einen Anfall hier. Ja. Ich kriege noch echt einen an der Waffel. Warum geht das denn nicht? Kann man das nicht umwandeln in irgendwas anderes? Nein. Natürlich. Oh. Schlimm. 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 Gut. Mach ich denn jetzt? Kann ich mal Zäune bauen? Hallo. Ist doch zum verrückt werden hier. Ach, guck mal. Die lustigen Viecher. Da ist ein Vieh, das gerne sterben möchte. Tschüssi. Hey, Spinnchen. Ich hab dich genau gesehen. Au. Wow. Okay, das soll einfach nicht sein lassen. Hihi. Ach ja. Schön. Bäh. Wow. Da kommt ne Riegel. Wird Zeit für Barrikade. Kommt her, ihr Lieben. Ups. Das war jetzt falsch. Äh. Auf. So. Na kommt. Na kommt. Kleinen Doofen ihr. Wollt ihr nicht? Das ist klar. Immer wenn die Tür auf ist, wollen sie nicht kommen. Naja, so ist es halt. Okay, dann machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, wir wollten in die Tiefe gehen, aber jetzt hab ich einen Fisch gekriegt. Ein Fisch ist gut. Ein Fisch, da können wir... Floh, ne. Aber ich hab... Oh, aus Glas geht auch. Prima. Glas, Glas, Glas. Das ist hier. Das wär perfekt. Oh ja, genau. Das haben wir auch noch. Wir haben eine Kohle. Und backen uns ein bisschen... Glas. Flur haben wir nämlich. Oder? Hatte ich nicht Flur? Oh, scheiße. Ja, ja. Oh, Mist. Hatte ich gar nicht. Der... Sch... Kein Flur, aber... Reis. Nö, Sushi. Lecker. Ach, verdammt. Tja. 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 Hm. Halt, stopp. Konnt man nicht. Ähm, aus. Ach so, ja. Hier, irgendwie. Ich weiß nicht, wie, was, ähm... Und überhaupt. Tja, zumachen. Ihr Zombies, seid doof. Ich hab' gar keinen Inneren angeguckt. Hört mich mal. Kommt euch alle her. Ich mach' euch alle fertig. Alle gleichzeitig. Das ist eigentlich Schläge für ein Zombie. Das ist super. Uh. Oh, der hat was. Der hat was. Das will ich haben. Ich will's haben. Egal, was es ist. Das leuchtet. Und das... Ich will... Ih, ein, ein, ein. Der ist verseucht. Uh. Der schon wieder. Aua. Du bist so cool. Verdammt. Was war noch bei euch jetzt? Ich glaube, das ist Cotton. Ha. Das war sanft genug. Fuck. Stirb. Uh, fuck. Nein. Mach mein Feld nicht kaputt, du... ... du gemeines Tier. Verdammt. Das war wieder zu viel. Ist gut, ne? Ja, ja. So ist das. So ist das. Ne? Sehr gut. Komm her. Dich brauch ich. Ne, ne. Ach so. Was ist das Ding jetzt da dran? Oh, oh. Ein Babyzombie. Wuhu. Wuhu. Vollpfosten. Hehehe. Das geht hier ab. Das ist der Wahnsinn. Aber so macht es wenigstens Spaß. Habe ich hier ein Schwein? Das ist neu. Mein Fell geht irgendwie nicht kaputt. Das finde ich ganz prima. Was habe ich jetzt gekriegt? Smite. Ach so. Cool. Meine Güte, jetzt habe ich aber nur viel gekriegt. Ach ja, meine Rüstung. Was habe ich gekriegt? Oh, ein Skelettenkopf. Ein Ding ins Kopf. Ähm. So eine Ladung wieder. Wäre nicht irgendwas Glitzernis gewesen? Warnung. Ich nicht. Ich meine, ich habe was Fliegen gesehen, was Glitzernis. Nicht. Wuhu. Fuck. Mist. Ach, so ein Mistverdammter. Geh weg. Jetzt geh noch nicht. Aua. Damit auf. Du auch. Au. Die sind so schwer zu treffen, die Viecher. Ich komme gar nicht auf die Idee, in mein Haus zu gehen. Mist, Vieh. Okay, okay, okay. Ich habe es eingesehen. Ich höre auf. Ich höre auf. Ich höre auf. Genug für heute. Genug. Genug. Au. Ich habe ja gesagt genug. Das muss ich unbedingt haben, Mistvieh. Okay, das musste jetzt sein. Und noch eins. Und noch eins. Und noch eins. Und ja, okay, ich kann es nicht sein lassen. Ah, okay. Ich höre jetzt auf, wirklich. Oh, yeah. Oh. Ein Holzschwert. Ein verzaubertes Holzschwert. Ja, das ist ganz toll. Hör doch auf damit. Okay. 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 Ich werde hier provoziert. Ich kann da gar nichts für. Aber der Smasher levelt. Uh. Beheading. Yay. Schafniss und Smite. Geil. Meine Güte. Das ist klasse. Das gefällt mir. Ich habe voll Spaß. Okay, reicht jetzt. Aber wirklich. Wirklich, wirklich. Und ich habe ein paar Knochen gekriegt, ne? Drei Stück. Das ist gut. Oh, es tut mir leid. So, kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Okay. Kann ich denn? Wahrscheinlich auch nicht. Oh, das ist verrückt. Verrückt, verrückt. Nicht? Habe ich nicht gerade noch einen Skelettenkopf? Hups. Okay, jetzt, jetzt, hier. Hört doch mal auf. Mensch, sagt doch mal, dass ich aufhören soll. Mann. Unglaublich. Ich wollte mit dem Knochen... Am besten, äh... Ich weiß es nicht. Vor allem, dass es schlimm ist. Das braucht zu ewig. So, das war jetzt Oats. Oh, was können wir aus Oats machen? Ah. Aha! Ah, ups. Aha! So. Ja. Ups. Jawoll. So mag ich das. So mag ich das. Gut, dann... Brauche ich jetzt... Was war das? Die Pfanne? Oder die? Ich weiß es nicht mehr genau. Fisch und Flur und die? Nein. Die Pfanne. Pfanne? Pfanne? Und... Äh... Halt, stopp. Oh, das verwirrt mich. Ach genau, die, die Dingens. Deswegen mache ich auch gerade Glas. Ha. Ha. So, und danach gehen wir wirklich, wirklich endlich runter. Hihihi. So. Einmal lecker Fisch. Mit... Panierung. Fischtämpchen. Yay! So, und was können wir jetzt noch, ähm... Noch machen? Okay, anderes Fleisch. Ein Ei und eine Beere. Flur. Ei. Ei und Beere. Das wäre natürlich cool. Äh, eine Beere habe ich noch. Äh, wo ist jetzt hin? Ach, Mist. Also, ein Ei. Dann die Beere. Und... Elflua. Cool. Das macht Spaß. Backen macht Spaß. Hihihi. So, gut. Aber jetzt mal davon ganz abgesehen, äh... Müssen wir jetzt endlich mal runter. Wirklich, wirklich. So, ach komm, jetzt... Ich hab den ganzen Mist einfach mal hier rein. Das auch. Das kommt hier oben hin. Das brauch ich... Ups, dann aber nicht. So. Dann wollen wir mal... Dann wollen wir mal. So. Halt das Knochen. Ne, du hast auch hier, das ist wichtig. Ah, jawohl. Hehehe. Juhu. So. Genug durch die Gegend geschlachtet. Jetzt wird abgebaut. Und zwar das Zinn. Yay. Dann können wir auch Bronze machen. Oh yeah. Perfekt. Direkt richtig viel. Und dann können wir auch dann... Bei Gelegenheit, wenn wir uns wieder raustrauen, endlich... Juhu. Ein paar mehr hier Gravel und so weiter zu holen, um unsere Schmiede mal zu erweitern. Das wäre ganz gut. Ich glaube, das kann ich immer noch nicht. Genau. Ich glaube, dann gehe ich jetzt mal Richtung Höhlentrakt. Ich meine, jetzt kann ich mich da auch langsam mal hintrauen. So langsam. Eben kurz mal das Zinn hier entfernen, oder? Ein Schleim. Oh, ein Slimy. Oh, ich bin so an dem armen Ding hier gestorben. Oh. Hehehe. Mr. Zombie, kommen Sie ruhig. Oh, eine Karotte. Eine Karotte. Yay. Das ist geil. Das finde ich sehr gut. Ah. Okay, das ist mir egal. Oh, ach, stimmt das ja. Au. Es ist ja hier eigentlich hell. Schade, schade. Oh, Mann. Es müssen hier so viele Monster sein. Das ist gemein. Huch. Du bist süß. Das ist nicht gut. It's a trap. Nee, ohne Witz ist es wirklich eine tolle. Weil, ach, nö. Oh. Nein. 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 Ah. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Nee, noch ein Creeper. Ne. Äh. Ach, Mann. Warum ist denn hier alles voller böser Viecher? Das kann doch einfach nicht wahr sein. Die mobben mich, oh Mann. Das ist echt unglaublich. Ach komm, ey, das ist doch ein Witz. Lass mich in Ruhe. Au. Oh Mann, ey, das ist der Wahnsinn. Oh, diese Viecher treiben mich in den Wahnsinn. Tuch, war es verrissen? Oh Mann. Jetzt habe ich da vorhin ein Viech gesitzen, das eine fette Rüstung anhört. Was ist das denn für ein Niga-Vieh? Das ist mein Schwert. Was war das denn jetzt? Stirb. Los. Au. Au, der beißt. Au, 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 au. So ein Knockback wäre mal gut. Jetzt ist es aber gut. Jetzt stirb doch. Mann. Kann doch nicht sein hier. Ah, das ist schlimm. Schlimm ist das, ganz, ganz schlimm. Ach. Ja. Wenn das so weitergeht, habe ich hier noch... Oh, Fire Is Back. Cool. Jetzt ist es aber gut. Oh, nee, jetzt hat er mich auch noch angezündet. Lass mich in Ruhe und stirb doch endlich. Das kann doch nicht sein. Oh Mann. Hilfe. Ey, das ist doch unglaublich. Hallo. Ja, ist es denn zu fassen? Ey, kann dieses blöde Mistvieh jetzt endlich drauf gehen? Ey. Oh Mann. Das ist... Au. Er soll aufhören damit. Das ist... Meine Sachen gehen weg, wenn er so weitermacht. Nein, hör auf. Geh weg. Es ist... Au. Oh. Das, 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 das... Kann doch nicht sein. Jetzt kusch dich. Kusch dich, du Mistvieh. Ey. Hallo? Das kann doch... Ey. Der helle Wahnsinn. Jetzt aber hurtig, hurtig. Ja, klar. Noch einer. Ja. Ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ey, meine Güte. Was habe ich den blöden Mistviehern getan? Oh Mann. Ey, das ist ein Ding der Unmöglichkeit hier. Stirb. Jetzt kann ich ihn nicht mal mit der Hand hauen. Ich mag nicht mehr. Tja, unsere Sachen sollten so gut wie weg sein. Definitiv. Verteidigt. Okay, sie dürfen... Sie leben noch, die Sachen. Nervt mich, ihr dummen Mistviecher. Mein Gott. Die treiben mich echt in den Wahnsinn. Das ist doch echt nicht mehr normal. Was ist das denn? Stirb. Alter Falter. Oh, mein Gott. Was habe ich jetzt hier drauf? Mein Gott. Guck dir das an. Das ist doch... Das ist verrückt. Verrückt ist das. Verrückt. So, darf ich jetzt bitte, bitte endlich weitermachen? Bitte. Mein Gott. Was ist denn das jetzt schon wieder? Was ist denn das jetzt schon wieder? Diese Viecher. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist schon lange nicht mehr normal, glaube ich. Ein schwarzer Creeper. Natürlich. Ein Skelett. Okay, ohne verzauberten Bogen. Was ganz Neues. Au. Oh, scheiße. Ist irgendwo ein Nest, glaube ich. Also, ein Nest im Sinne von... Da ist wirklich irgendwo ein Spawner. Mann, jetzt stirbt doch! Diese Viecher bringen mich doch echt... Nein, ich will nicht mehr. Mann. Mann. Ich will nicht mehr. Ey, ich bleib jetzt von dieser Höhle weg. Ich hol jetzt meine Sachen, falls sie noch da sind. Und der Creeper sie nicht alle weggeschminkt hat. Und dann... Hör ich auf mit dem Mist. Ich will nicht mehr. Nein, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte das nicht. Ja, natürlich. Jetzt hat mich ja noch irgendwas infektet hier. So, ich geh jetzt. Oh, nicht noch so ein Vieh. Oh, ein Schlag. Zum Glück. So, ich mach jetzt dichter. Dicht. Dicht. Shit. Nein. 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 Bist du denn für einer? Au. Und wie ich es doch nicht lassen kann. Aber jetzt ist gut. Jetzt ist wirklich, wirklich... Okay, okay. Ich geh jetzt. Wirklich. Ich hör auf. Wirklich. Wirklich. Ich grabe mir irgendwelche Gänge, aber ich mag nicht mehr. Das ist doch zum... Zum Mäuse melken. Oh Mann ey. Wie oft bin ich jetzt gestorben? Siebenmal oder so? Boah, das ist der Wahnsinn. Ich finde es irgendwie sehr, sehr freundlich von diesem Modpack, dass es die Creeper-Explosion ausgeschaltet hat. Denn ich glaube, sonst wäre ich schon dreimal wieder leer. Also hätte keine Sachen mehr. Eieiei. Das... Boah. Was wir nicht alles gekriegt haben? Wir haben Bone Meal gekriegt. Ey, wir haben... Oh, gehen wir anziehen. Wir haben... Eine Karotte gekriegt? Okay, so viel haben wir gar nicht gekriegt eigentlich. Schade. Hätte ein bisschen mehr sein können, Freunde der Sonne. Meine... Mobbigen Freunde der Sonne. Naja. Äh. Machste nix. Machste nix. Meine Fackeln sind weg. Okay, es ist doch wohl einiges... Abhanden gekommen. Ja, stimmt. Meine Schaufel ist weg. Hm. Tja, egal. Die wichtigsten Sachen sind... Oder was haben wir alle? Smite, Sharpness, Beheading, Luck, Fiery, Looting 1. Alter. Alter. Das ist nicht schlecht. Aber irgendwie auch noch nicht ganz ausreichend. Zinn und Boosted. Okay. Okay. Oh, Zinn. Ganz viel Zinn. Verrückt, verrückt. Verrückt. Ich glaube, wenn wir schon nicht so einfach Zäune bauen können, habe ich mir gerade überlegt, könnten wir ja auch... Oh Gott, das sollte ich nicht tun. Ah, Salz. Könnten wir auch rein theoretisch auf dem Dach unsere Farm anbringen. Müssen wir nur halt ordentlich ausleuchten. Aber das wäre schon mal immerhin etwas. Ach ja. So. Ja, ja, ja. Okay, dann gehen wir mal wieder nach oben und machen mal Schluss für heute, glaube ich. Ich bin genug gestorben für heute. Definitiv genug gestorben. Furchtbar. Ich hätte in die Kiste gucken sollen. Verdammt. Da ist noch Zinn. Verrückt, verrückt. Ei, 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 ei. Hm. Oh, noch Eisen. Prima. Nehmen wir das ganze Zeug noch mit und dann können wir in der nächsten Folge unsere Spitzhacke mal wieder upgraden mit Bronze. Und oh. Puh. Der war knapp. Das könnte vielleicht ein wenig erklären, wo Zombies herkamen, die gar nicht herkommen sollten. Das wäre eine Möglichkeit. Joa, so. Gott sei Dank. Wir haben ein bisschen Zeug. Wir haben endlich einiges an Material. Aber verbunkern müssen wir uns trotzdem irgendwie noch in unserem kleinen Hütchen. Weil uns der immer noch alles nach dem Leben trachtet. Das ist der Wahnsinn. Alter Falter. Irgendwie sollte man einen Discounter machen. Das ist so. Oh Gott. Der würde so in die Höhe schnellen heute. Extremst. Und die können wir direkt in den Boden stopfen. Und hey, wir überraschen, es ist nachts draußen. Oh mein Gott. Tja. Ich hab noch meinen Maffen. Om nom nom. Der war gut. Okay, so. Dann räumen wir jetzt mal hier eine... Wow, so viel Zinn. Krass. Krasser Keks. Guck, war noch ein bisschen Eisen. Und... Ach genau. Ich muss nämlich mal in die Tiefe gehen für eben Redstone. Redstone wäre momentan gerade sehr wichtig. Ha. Machen wir uns doch Muffin. Muffin, Muffin, Muffin. Muffin, Muffin, Muffin. Ich mag Muffins. Ist zwar erstaunlich, dass da kein Zucker drin ist. Aber hey, was soll's. Da fehlt was, oder? Oh, halt. Habe ich nicht? Wollte ich nicht? Ging das nicht? Äh, hatte ich nicht? Äh. Oh, was übersehen. Ach, das Ei. Genau. Ei vergessen. Stimmt ja. So, lecker Muffin. Ups. Nom, nom, nom. Subi. Okay. Jetzt können wir uns mit Zombiefleisch schon mal totschmeißen. Äh, ach ne. Habe ich ja schon geguckt, was man daraus alles machen kann. Das war nicht so viel. Leider. Okay. Ich denke, es ist Zeit, um aufs Dach zu gehen. Ich brauche Holz. Ups. Das war schon mal komplett falsch. Na. So. Äh, nee. Äh, nein. Äh. Gibt mir mal eine blöde Trapdoor. Verdammt. Ich glaube, mit dem Holz können wir gar nichts Vanilleartiges bauen. Ach Gott, ich könnte... Trap, Trap, Trapdoor. Ach so. Okay. Auch ein neues Rezept. Warum auch nicht? Das ging wahrscheinlich auch nicht hier mit. Äh. Natürlich nicht. Äh. Ist. Egal. Hören wir erstmal auf für heute. Wir sind ja genug gestorben. Einerseits mega viel Monster abgeschlachtet. Andererseits mega oft gestorben. Aber hey. Unser Sword ist schon echt auf Level. Master. Ja, das ist der Wahnsinn. Mein Gott. Ach, naja. Was soll's. Ähm. Ich würde mal sagen. Nehmt euch ein Abo. Und bis zum nächsten Mal.